Mr. Feuerwerker hatte, jetzt haben wir schon September, jetzt gibt es das Unboxing meines 10 Euro Eimers von der Feuerwerksvitrine Sommeraktion. Viel Spaß beim Unboxing. So machen wir mal auf den Eimer. So, da lachen uns gleich mal Wunderkotzen an von Niko. Zwölf Stück in dem Eblister. Zustand ist echt noch schön. Kann man schön in die Vitrine stellen. Den Flyer, mal weg. Ja, Konfetti, was soll man da noch viel sagen. Das können wir mal weg tun. Dann haben wir hier Drehbrumm. Drehbrumm, bumm. Das sind Wirbel von Pyroart. Dann haben wir hier Silberhütte. Harzer Knaller. Eine ältere Shuko von Weko. Junior Shiko. Dann haben wir hier Star-Kits von Mognico. Mal schauen, ob hier der Triad Brand drauf ist. Ja, das ist er. Hier sieht man es. Triad Brand ist hier noch drauf. Also sind es noch richtig geile Star-Kits. Hier sieht man auch der Triad Brand. Dann haben wir hier aktuelle Keller Party Popper. Legen wir mal auch zu den Konfettis hin. Dann haben wir hier aus der Future World Serie ein Display. Reisklasse 0 von Nico. Hier sieht man auch die Artikelnummer. Hier sieht man auch die Artikelnummer. 5403. Star Rotator und Horror Blast. Dann haben wir hier nochmal aus der Future World Serie Space Bombs. Dann haben wir hier Magic Spinball XXL. Dann haben wir hier eine Knallkette. 32 Schuss von Idena. Das ist eine Pyro Cracker Kette, so wie es aussieht. Dann haben wir hier Feistel Gold und Silber Regen. Da sieht man ja, wie es die Vitrine verkauft hat für 2,99 Euro. Also schon mal 3 Euro. Da freue ich mich drüber. Ist schon mal geil. Pipenbrock Pyrotechnik in Göllheim. Mit dem alten VPI. Machen wir mal kurz auf. Holen wir einmal raus. Hier sieht man auch das Feistel. Logo. Silber Regen. Richtig geil. Schauen wir mal, ob wir Gold auch noch erwischen. Na ist jetzt egal. Da freue ich mich drüber. Also das ist schon mal geil, dass das drin ist. Machen wir mal A. Okay. Ist auch nicht so tragisch. Lassen wir das eben dran. Dann haben wir hier nochmal ein Display Wunderkerzen von Niko. auch der Display ist auch noch schön. Ja hier 1,99 Euro. Na ja. Zahlen. Streudeco. Dann haben wir hier Speedy von Niko. F1 aktuelle. Dann haben wir hier Feuerringe von Niko mit der alten Preisklasse 15. Dann sind hier noch Irrlichter von Mok Niko. Dann Satansknall. Dann hier noch Leslie Magma Vulkan. ein Veko-Überraschungsvulkan. Dann hier auch was Schönes. ein Turboflyer von Mok Feuerwerk. ein Leslie Bodenwirbel. WunderTool. F1. Und ein Feistel Goldregen. Pyrotechnik in Göllheim ist der Importeur mit der BAM P10010. So. Jetzt ist der 10 Euro einmal leer. Hier ist mal die Übersicht. Ob das jetzt 10 Euro wert ist, mag ich bezweifeln. aber bestellt ist es schon. Und die Feistel Gold und Silberregen sind schön. Die Harzer Knaller von Silberhütte sind ältere Sachen. Die Niko hier sind ältere Sachen. Die Future World Serie ist älter. Die Schoko ist älter. Die Starkids von Mok Niko mit dem Triad Brand sind älter. Hier die Irrlichter. Ja. Und der Turboflyer. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Hätte noch besser sein können. Vielleicht noch mehr Böller drin sein. Aber dann seht ihr auch schon mal. Was alles nächstens im Spaß am Feuerwerk gibt. Das heißt es gibt ein Teil. Außer hier die Harzer Knaller. Die werden nicht gezündet. Und die Knallkette wird nicht gezündet im Spaß am Feuerwerk. Somit werden die Feistel Gold und Silberregen gezündet. Also eigentlich alles was man hier sieht von dem Eimer gibt Spaß am Feuerwerk. Natürlich die Streu und das und das werden meine Kinder mal so kriegen. Ja. Das war das Unboxing vom ersten Eimer. Bis bald Mr. Feuerwerker. Kenny. Heider. Vielen Dank.